Hallöchen Leute herzlich willkommen wieder bei einem nächsten Episode bei PhilOt 4 Onia. Ja wir folgen denn eine Person und wie wo Astronki Bonki ist auch dabei. Oh na toll. Kann man die irgendwie von bis zu einem Abschießende Idee? Yeah! Hier die Kohl optimal. Oh. Also so stark sind die nicht momentan. Kochen. Hallo. Da brauchen wir trotzdem. Was hat der viel Zeug? Ziemlich viel und ziemlich geil ist. Aber ja das ist gut. Klasse. Nämlich das. Äh ja. Statt an. Nämlich das auch nicht. So. Ja genau. So. Leute ich wollte noch. Was wirklich für mich überhaupt nicht. Ach du heutige Geschichte. Klopp. 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 Strongy. Weg da. Mach nur mehr Sicht weg. Ja siehst du ich bin okay. Komm ich da nehme ich auf. Ja ja. Strongy. Du bist echt okay. Sag ich dir ja. Aber du weißt da nichts davon. Okay. Was drin? Okay. Was nehme ich? Hä? Ah da. Gut. Der Schlüssel. Zahnrad. Ich glaube das ist Metall nehme ich. Okay Kamina ja. Ja. Scheiße. Viel Müll. Und nix davon. Oh oh. Hier ist was. Bisschen mich über die Interesse. Wie. Wenn ich fliege dann fliege ich. Okay. Gut. Das nämlich. Was ist das? Ah nämlich zwei. Also habe ich noch viel Platz. Das ist noch gut. Äh ja. Und Kanister das nämlich. Und das nämlich auch. Kaum. So. Hier werden gleich die Monster anschieben. Also da ghoulen sagen wir so. Okay. Also gesehen. Hallo. Ich hasse die. Gulen. Das wird auch an. So. Ah. 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 So. Und die sind für dich zu schwach. Jo. Das war nice. Das war gut. Nein. Noch was hier. Nein. Noch was hier. So. Okay. Na. Och du Scheiße. Gott sei Dank habe ich noch gesagt. Also manche sind schwach. Manche sind schon ein bisschen stark. Manche sind mittelmäßig. Äh. Entscheide euch. Ey. Spring wirklich nicht. Eine Waffe. Eine schwache Waffe. Äh. Ja. Ist gut. So. Geh weg da. Ah. Okay. Er ist unter uns. Also wahrscheinlich muss ich da gehen. Ah. Wir sind schon unten. Weil. Eine letzte Folge haben wir gesehen. Auch Aufzug. Eine war so. Wie hier. Eine war. Ich glaube. Aufzug war. Oben. Ja. Genau. So gesperrt. Kommen wir nicht durch. So. Aber jetzt schon. Aber. Ich sehe Kuhle nicht. Das. Beruhigt mich. Unberuhigt mich. Ja. Okay. Jetzt sehe ich. Alter. Was ist so. Lege runter. Mach dir das gut. Hallo. Ich hasse die Kuhle. Meine Güte. hier. Das ist so. Ich war ein bisschen schneller. Zwei Kuhle. Zwei Kuhle. Das brauche ich für meine Waffe wahrscheinlich. So. Das ist so. Nice. Haben wir einen Monster gefunden. Aber wo ist geht. Ah ja. Da ist. Meine Güte. Na komm. Na komm. Na komm. Du bist brav. Ja. Du bist brav. Du bist brav. Ja. Du bist direkt. So. Ach nee. Schon wieder wasser. Warte. Ach nee. Warte. Ja. Der ist extrem schlimm. Wow. Hab ich ein bisschen gelaufen. Ich hab gedacht. Ich will nicht so schnell verrecken. Aber ja gut. Besser als nicht verrecken. Oh. Der war stark. Schon wieder. Hast du's gut gemacht. Gut. Hat noch mal später was verkaufen. Gibt ich noch was? Ne. Gut. Aber nur Radioaktivitäten. Mehr nicht. Und der Röscher aufgrün. Okay. Du musst jetzt nicht aufstellen. Hab ich sie schon umgebracht. Kickball. Okay. Ne werde ich nicht. Doll. Die Auto hat sich bewegt. Alter. Alter. Oder so. Zwangi. Auch die Idee. Oh. Das war was tolles drin. Oh. Oh. Was ist das noch? Ah. Okay. Okay. Danke. Es ist wegen die Schatten bekommen. Okay. Du gewinnst. Ist klar. Nix interessantes. Du hast immer was interessantes. Gut. Nehme ich das. Aber. Das unten. Nicht oben. Wieso geh ich ganz nach oben. Ja lol. Also ich muss in diese andere Röscher muss ich gehen. Ich muss jetzt. Okay. Aufstellen. Okay. Willst du nicht? Dann musst du jetzt nicht aufstellen. Okay. Aber wir haben es in Dallam gehen. Ja. 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 Und hier. Und hier. Ah. Bisschen will ich nicht. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich nicht. Nachladen. Du testst. Einer, einer, ja. Ich hab mir ja locker den Einen. Oh. Guten Tag. Tschüss. Noch jemand? Will sterben? Oh, scheiße. Film uns ja. Ich hab mich da. Okay, da soll es reichen. Oh, siehst du bei der Hand. Seht ihr? Ja. Was war das? Hä? Wo ist der? Tschüss. Was ist das? Ich will sie nicht sehen. So, Spunky sind... Ich glaube, er ist gerettet. Ja, er ladet sich nur auf. Kurz an ihm aushalten. Aber das schaffe ich schon. Sagen wir erst mal alles. Dann gehen wir weiter. So geht's schon stark. Klo. Oh. Schwunky hat jemand erledigt. Der ist gut. Dich gut. Gut gemacht, Schwunky. Okay. Ein... Achso, Telefon kann ich nehmen. Okay, nehme ich alles... Oh. Vergess es! Mich zu angreifen. Jetzt, wir sind bei Dammtoiletten. Aber hier ist nichts, was wir haben gebrauchen. Wow, das war knapp. Rennen wir nach. Haben wir weiter. Gehen wir weiter und... Oh, er ist unter uns. Ich glaube, da... Ah, ja, hier ist noch unten. Okay. Wie sollte das sein? Also, voll mit Kohlen, das ist... Okay. Mal sagen wir, er überlebt ist. Ich! Deine Omi! Hast du mich vermisst? Na toll. Was ist los? Klag bei Schulden. Die Lebensmittel. Was kann nicht weitergehen? Das hat funktioniert. Was meinst du mit... Das hat funktioniert. Warum tust du das? Also, meine Geschichte... Ich hatte mal einen Freund, der die Kohle gehabt hat. So menschlich. Und ich. Aber... Weil ich wunderschön, wie sie ausgeführt habe. Weil ich ihnen das gesagt habe. Wirst du ihn bitten? Nur für das, was er ist? Ein wilder... Oder... Unsicher. Ein wilder... Oder... Unsicher. Aber das. Da haben die alle mal Menschen. Ich kam vor zwei Jahren zu. Oder... Die ganze Zeit überhalte ich nie. Und ohne Überzeugung. Und alle zwei Menschen. Nur in den Tag. Und schnell. Aber bei der Schlacht und den Flughafen kamen. Immer mehr. Und ich. Weiß nicht mehr. Ich mach was. Ein, zwei. Bevor es lassen werden. Wird ein, zwei LC Oscar-Grupp. Ich hab alle Projekte. Hm. Momenteal Leute. Ich muß kurz was machen. Hab ich was vergessen. Das ist sehr schlimm. Sehr, sehr äh, Nicht angepasst zu dem Spiel. Hab ich abgeassen. mache ich das kurs wahrscheinlich ist es stopp man guter kopf und wir sehen uns gleich